Das sieht gut aus. Ja. Das ist recorded. Okay. Hallo Leute, wir sind hier in Deutschland mit dem Mega 65 Projekt und hier ist Detlef. Hallo. Und wir haben, ja, das letzte, was wir gemacht haben mit dem Mega 65, das ist das Freeze Slots in dem Freeze Menü. Wir könnten hier die Store Taste kurz machen und dann sehen wir das Freeze Menü. Wir sehen die kleinen Bild und wir können links und rechts machen und dann das kleine Bild verändert sich, weil wir haben verschiedene Sachen hier gespeichert. Wir könnten zum Beispiel, okay, wir wollen Crack-Out spielen und fast sofort ist das da. Und wir könnten, oh, wir beginnen spielen. Okay. Ah, der Rest ist weg. Ah. Okay. Ja. So, jetzt geht. Uh. Warte mit. Dann können wir sagen, ja, okay, das war ein bisschen langweilig. Okay, es dauert ein paar Sekunden, bevor es geführt ist. Dann können wir sagen, ja, okay, was wollen wir am nächsten? Ah. Impossible Mission. Natürlich. Okay. F3. Und dann können wir das sehen, wir könnten... Another visitor. Stay a while. Stay forever. Schon wieder alles geht wie so. Das ist, ja, es ist total bequem, dass wir jetzt könnten, ja, verschiedene Spiele und Programme und so weiter, dort haben in diesen, ja, Free Slots und alles ist schön und bequem. Und dann können wir auch zum Beispiel, wenn wir so wollen, wir haben das auch nur heute geschafft, wir können das Freeze Menu A tasten und dann haben wir das Mixer, wir können alle verschiedene Sachen mit der Lade machen. So, ja, das ist es. Wir haben viel Spaß hier. Leider muss ich wieder nach Hause, nach Australien. Aber tschüss, bis nächstes Mal.